In Team Frisur Talk, Kathi Lukner will Rasurstopp bei Männern Nach Adam sucht Eva, Promis im Paradies zieht jetzt erstmals eine Weppla die im Fernsehen komplett blank, Kathi Lukner, 28, präsentiert ihre sexy, unverhüllten Kurven in der RTL-ischer Market-Attraktion. Die Ex von Baumogul Richard Lukner, 85, will sich nach etwa zwei Jahren Singledder sein neu verlieben. Damit Herz schneller schlägt, muss ihr potenzieller Traummann jedoch eines mitbringen, Körperbehaarung. Ich bin eigentlich grundsätzlich ein Fan davon, wenn die Männer sich nicht komplett rasieren. Ich finde das männlich, verrät sie in der Sendung, wie BILD berichtet. Ansonsten hat die 30-Jährige keine klaren Vorstellungen von ihrem Mr. Rite nicht einmal Dicke Muckis spielen eine Rolle für die Bouti-Enthusiasten. Mein Partner muss nicht unbedingt wie Meisterproppe aussehen, aber irgendwas muss er haben, was mich total an ihn fesselt. Ob es jetzt schöne Hände, schöne Augen, schöne Füße sind. Er muss halt irgendwie hot sein, plaudert aus dem Vorlieben Nähkästchen. Auf ihre Teilnahme am blanken Datenvergnügen hat sich die einstige Beechbrot der Kandidatin total gefreut. Ich bin offen für Neues und habe kein Problem mit meinem Körper. Es war halt mal eine etwas andere Art, jemanden kennenzulernen und ich wollte es ausprobieren, erklärt die TV-Nacktschnecke gegenüber der Zeitung. Wen genau sie sich aussucht und ob sie mit ihm happy in love ist, das seht ihr heute Abend um 22.15 Uhr bei RTL. Wollt ihr danke? Wollt ihr bitte schön, ganz nah an! Woof zu ihr. Wenn du wieder円 und wachst, sagst uns auf die Seite ihm. Wollt ihr seid, dass du wieder alternativesn? Wollt ihr seid? Wollt ihr seid? Wollt ihr seid? Ich bin gespannt, was du seid.